Herzlich willkommen zu den IT-Trends, dem Format, wo ich euch sagen darf, dass diese Woche mehr Datensätze von Nutzern veröffentlicht wurden, als ich Finger an beiden Händen habe. Mal eine Million, mal zehn. Und wir fangen wie immer an mit den Hacking-News. Und zwar zuerst einmal mit Capcom. Capcom hat vor einer Weile einen Ransomware-Angriff entgegenbekommen und wurde dementsprechend natürlich Opfer von verschlüsselten Daten. Erstmal zumindest. Sie haben sich geweigert, nun das Lösegeld sozusagen für die Daten zu bezahlen und dementsprechend kommt man nicht mehr an die Daten dran. Und naja, man weiß natürlich nicht, ob nur die Ransomware im Spiel war und alles nur verschlüsselt hat oder ob diese Daten auch veröffentlicht wurden. Das kann man so nicht wirklich sagen. Man geht davon aus, dass die Daten zusätzlich noch veröffentlicht wurden. Darunter befinden sich Kundeninformationen von Leuten, die den Support kontaktiert haben. Also alles, was ihr jemals mit dem Support geschrieben habt, könnte betroffen sein von diesem Hack. Darunter befinden sich aber auch Angestellteninformationen, sowohl von ehemaligen als auch von aktuellen Angestellten. Und zusätzlich noch Sales-Dokumente und Entwicklungsdokumente. Also Sachen von wie viel haben wir verkauft, wie viel produzieren wir gerade, was produzieren wir gerade. All diese Informationen wurden verschlüsselt und wurden potenziell zumindest auch übertragen an die Hacker. Und das ist schon eine gewaltige Information, denn es handelt sich hier um mehr als 350.000 Items, die, naja, veröffentlicht wurden. Und das ist sehr, sehr viel. Meine Frage hier an Capcom, warum zur Hölle ist dieser Ransomware-Angriff auf alle Systeme gegangen? Wieso sind die nicht getrennt voneinander? Also eigentlich trennt man ja die Datenbanken voneinander. Hier muss man ja wirklich Anstrengung gemacht haben, die japanischen Datenbänke mit den europäischen, mit den amerikanischen zusammenzufügen. Wieso? Oder ist dieser Ransomware-Angriff tatsächlich mehrfach auf mehrere Server verteilt worden? Das fände ich ziemlich beeindruckend, ehrlich gesagt. Das nächste betrifft die Linux-Community. Schon wieder. Denn es wurde eine Ransomware in der Freiheit gefunden, die sogenannte Ransom-EXX-Trojaner-Ransomware, die im Endeffekt nichts weiter tut, als sich zu verbreiten über zum Beispiel Phishing oder bösartige E-Mails und anschließend die Daten zu verschlüsseln. Man hat hier diese Software untersucht, also diese Viren-Software untersucht und hat festgestellt, da ist nichts wirklich Besonderes drin. Also es wird weder irgendwie darauf Wert gelegt, dass die Ransomware schlecht erkannt wird von Viren-Scannern, weil unter Linux hat man eigentlich keinen Viren-Scanner, noch wird es irgendwie darauf Wert gelegt, dass mit irgendwas kommuniziert wird. Man will wirklich nur die Daten verschlüsseln und anschließend Lösegeld erpressen. Und es wurde nicht irgendwie auf Anti-Analyse-Techniken Wert gelegt. Also das Ding war super leicht scheinbar zu entschlüsseln, was irgendwie so ein bisschen den Schluss zulässt. Für Linux muss man sich nicht wirklich viel Mühe geben. Die Leute, die das bekommen und Linux nutzen, sind sowieso Noobs und haben auch trotzdem keinen Virenschutz und sonst gar nichts. Und ja, man versucht halt ein bisschen leicht erspieltes Geld zu machen, was entsprechend natürlich dramatisch ist, weil das könnte ein Vorbild sein für andere Leute, die sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben. Der nächste Hack betrifft eine Android-App und zwar die App Go SMS Pro. Das hört sich erstmal nach so einer Billo-App an, aber tatsächlich hat die fast drei Millionen Benutzer und eine gravierende Schwachstelle, nämlich jeder konnte alles, was ihr geschickt habt, mitlesen. Abgesehen von Textnachrichten, also Bilder, aber auch Videos und sonstige Mediendateien, Audiospuren, auch Voicemails zum Beispiel, konnten alle mitgelesen werden von jedem, der darauf Bock hatte. Das ist natürlich ziemlich dramatisch, aber ich denke, die wenigsten von euch werden das wahrscheinlich nutzen. Falls doch, seid ihr hiermit natürlich gewarnt. Fast der Hack der Woche, aber leider nur fast geworden, ist ein unglaublicher Phishing-Angriff auf Facebook-Nutzer. Und zwar, der Angriff ging wahrscheinlich mehrere Jahre schon, da ist eine Datenbank aufgetaucht mit 13,5 Millionen Facebook-Nutzerdaten und Passwörtern für den Login. Das heißt, 13,5 Millionen Einträge für Facebook. Also mit denen kann man sich wirklich einloggen und dann Sachen im Namen des Users durchführen. Das ist so insane viel. Scheinbar wurde da Scam getan, also normale Phishing-Mails sozusagen. Mein Rat hier an euch, wenn ihr nicht sicher seid, dass ihr zwei Faktor oder sowas aktiviert habt, vielleicht nehmt ein neues Passwort für Facebook. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht gerade gering, dass zumindest einer von euch, der dieses Video hier seht, betroffen ist. Der Hack der Woche geht diese Woche allerdings an die Corona-Warn-App. Denn ja, die Corona-Warn-App hatte eine Sicherheitslücke. Aber das Spannende ist nicht diese Sicherheitslücke, die übrigens auf einer unsicheren Java-API basiert und Remote-Code-Execution erlaubt hat. Das könnt ihr gerne googeln, wenn ihr nicht wisst, was das ist. Oder einfach mal meine anderen Videos gucken. Sondern das wahrhaft Spannende daran ist, dass nichts Schlimmes dabei passiert ist. Also im Endeffekt hätte man da sehr viel machen können, aber dadurch, dass die App Open Source ist und GitHub und Security Researcher da die ganze Zeit dran Doktern und Sachen finden, wurde diese Schwachstelle gefunden, bevor wirklich irgendwas passieren konnte. Und Android-Apps sind nicht betroffen. Also es handelt sich wirklich nur um die Server-Version, sprich da, wo diese Tokens gespeichert werden von der Corona-Warn-App im Endeffekt. Das heißt, diese Tokens, die konnte man sehen und auslesen. Aber da diese Tokens ja keine Nutzerinformationen bereitstellen, weil sie anonym und zufällig generiert sind, hat man einfach nichts erreicht darüber. Man hätte wahrscheinlich die Tokens löschen können und wahrscheinlich auch falsche Informationen verbreiten können. Hat aber niemand gemacht. Und das ist schon mal ein großer Bonus. Aber trotzdem, gut, dass man das hier gefunden hat. So, und diese Woche haben wir zwei Wins der Woche. Stellt euch das mal vor, was für eine tolle Woche das doch ist. Und ja, nach diesen ganzen Hacking-News ein bisschen krass. Aber tatsächlich geht ein Win der Woche sogar an Deutschland. Wer hätte das gedacht? Zunächst aber wollen wir uns den ersten Win der Woche angucken. Und zwar, der geht an Twitter. Twitter hat einen Hacker angestellt. Und zwar einen sehr berühmten Hacker namens Mudge. Mudge war in einer Hacking-Gruppe sozusagen tätig, die sich Loft nannte. Und hat mit denen sehr, sehr viele Security-Schwachstellen gefunden. War aktiv seit 1995. Und, naja, ist dann irgendwann legal geworden sozusagen. Und arbeitet jetzt bei Twitter. Das heißt, wenn ihr wirklich einen guten Job haben wollt als Security-Researcher, werdet Hacker. Das ist so die Message dahinter. Aber macht vielleicht heutzutage nichts Illegales mehr. Weil, naja, macht einfach normale Research, okay? Und ja, jetzt kommen wir zu dem deutschen Win der Woche sozusagen. Und zwar, Deutschland hat mittlerweile, seit kurzem übrigens erst, drei der 20 stärksten Supercomputer der ganzen Welt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Satz irgendwann mal sagen darf. Aber Deutschland ist tatsächlich, was Supercomputer angeht, echt verdammt gut ausgestattet. Wir haben drei der 20 stärksten Rechner. Und Platz Nummer 7 von den insgesamt stärksten Superrechner gehört auch zu uns. Der steht nämlich im Forschungszentrum Jülich und basiert auf NVIDIA A100 Grafikkarten. Zu denen kommen wir gleich noch. Und AMD Epic CPUs, also mit Y geschrieben, falls ihr wisst, was ich meine. Und ja, hat tatsächlich insgesamt 449.280 CPU-Kerne. Das muss man sich mal geben. Das sind Kerne, okay? Okay, insgesamt Teraflops hat er 44.120 pro Sekunde. Und ja, wollen wir noch ganz kurz vergleichen mit Platz Nummer 1. Der steht nämlich in Japan. Das ist immer noch der Supercomputer Fugaku. Und der hat insgesamt 7.630.848 CPU-Kerne. Und hat ungefähr das Zehnfache von unserem Supercomputer an Rechenleistung. Frisst aber dementsprechend auch deutlich mehr Strom. Und naja, ist gar nicht mehr so gut ausgestattet, wenn man ihn mit unserem vergleicht. Also mit der Hardware oder mit den kleinen Teilen sozusagen überhaupt. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ich das sagen darf. Ich packe euch natürlich den Link der Supercomputer in die Beschreibung. Und da könnt ihr mal gerne selber gucken, was so auf Platz 2 und so weiter ist. Kleiner Spoiler, USA ist auch weit dabei. Und ja, diese Woche noch der Fail der Woche, der vielleicht nicht ganz so erfreulich ist wie die letzten paar Wochen. Oder nicht ganz so amüsant. Und zwar, diese Woche geht an Android. Android von Google, das Betriebssystem, überträgt monatlich 200 Euro. 260 Megabyte an Daten über Benutzern, die eigentlich über sowas nicht Bescheid wissen und dem Ganzen auch nicht zugestimmt haben. Und das ist ein Riesenproblem, deswegen wurde jetzt Google verklagt, was denn eigentlich diese 260 Megabyte sollen. Es handelt sich hierbei um scheinbar sehr persönliche Informationen, also Nutzerinformationen. Jetzt nicht irgendwie eure Haustiere oder sowas oder Sprachaufnahmen. Aber trotzdem, 260 Megabyte ist nicht gerade wenig. Wo wir gerade übrigens von Deutschland gesprochen haben, es gibt auch einen Aufreger der Woche. Und zwar geht er auch an Deutschland, beziehungsweise genauer gesagt die Telekom. Denn ja, tatsächlich möchte man das 3G-Netz in Deutschland abschalten und überall nur noch 4G benutzen. Das halte ich für ein bisschen kritisch und zwar aus zwei verschiedenen Perspektiven heraus. Erstens mal die Nutzer. Die Nutzer haben teilweise noch nicht Smartphones, die mit 4G kompatibel sind. Nicht jeder zumindest. Manche haben vielleicht schon 5G-Sachen, aber 4G ist noch nicht bei jedem Smartphone dabei. Zumindest, wenn es ein bisschen älter ist. Auf der anderen Seite das deutsche Netz. Wenn man sich mal die Netzabdeckung anguckt, dann wird man sehen, dass 4G noch lange nicht überall ausgebaut ist. Aber 3G insgesamt trotzdem abgeschalten werden soll. Und nur noch 2G sozusagen zum Einsatz kommen soll. In diesen Regionen, wo man nichts anderes bekommt. Das heißt, gar kein 3G mehr und 2G braucht man halt einfach. Halte ich für ein bisschen kritisch. So wird aber vielleicht das 4G-Netz deutlich besser ausgebaut. Was meint ihr dazu? Schreibt mir das gerne in die Kommandozeile unten rein. Kommen wir zu den Hardware-News diese Woche. Und ich habe ja vorhin schon erzählt, dass in den neuen Supercomputern von Deutschland Nvidia A100 Grafikkarten drin verbaut sind. Und oh boy, es gibt noch sehr viel mehr als nur die neuen Grafikkarten von Nvidia. Und zwar wollen wir uns erstmal die rohen Zahlen angucken. Denn AMD hat auch ausgepackt. Die Ampere A100, also die Grafikkarten von Nvidia, die wirklich nicht für Consumer gedacht sind, sondern wirklich nur für riesige Unternehmen, sind bei insgesamt 19,5 Tera Floating Point Operations pro Sekunde bei 32 Bit Gleitkommazahlen. Was zur Hölle heißt das? Das bedeutet, dass insgesamt 19,5 Billionen Operationen, also Berechnungen pro Sekunde auf einer gewissen Gleitkommazahl, also auf einer ganz normalen Zahl pro Sekunde ausgeführt werden können. So, das ist enorm viel. Aber trotzdem, zum Vergleich. AMD hat das Ganze nochmal getoppt. Und zwar mit 23,1 Tera Floating Point Operations pro Sekunde. Mit ihrer Instinct MI100 Grafikkarte. Auch für den professionellen Markt. Jetzt ist natürlich die Frage, warum zur Hölle würde sich Deutschland dann die Nvidia Grafikkarten holen und nicht die von AMD? Wenn AMD doch klar besser ist. Mit knapp 4 Tera Floating Point Operations pro Sekunde mehr. Die Antwort darauf ist relativ einfach. Und zwar, die Floating Point Operations pro Sekunde sind nicht alles. Es geht auch um das Interface. Und ja, AMD hat verdammt viel da reingesteckt. Aber es kann halt leider immer noch nicht ganz mithalten mit Nvidia. Nvidia hat Sachen wie CUDA, das heißt eine eigene Programmiersprache für die Grafikkarte, dass man alles drauf programmieren kann auf der Grafikkarte. Und das wird momentan hauptsächlich für neuronale Netze und KI genutzt. Das heißt, KI ist Nvidia halt einfach immer noch ein bisschen besser. AMD zieht gerade nach. Aber die OpenCL-Implementierungen von AMD sind leider nicht ganz so geil wie die CUDA-Implementierung. Und deswegen bleiben die dann trotzdem in der Praxis aktuell noch weit hinten dran. Aber ich bin gespannt, was sich da von AMDs Seite noch tut. Also AMD hat natürlich auch sein eigenes Framework. Das darf man hier nicht vergessen. Das nennt sich ROG-M, aber es ist halt quasi noch nirgends benutzt. Und was man auch sagen muss, naja, die Nvidia-Grafikkarten haben halt einfach 8 GB mehr Speicher. Die haben 40 GB Speicher pro Grafikkarte, also pro A100-Grafikkarte. Während die AMD-Karten einfach nur, also nur 32 GB pro Grafikkarte haben. Und das macht gerade im Forschungsbereich schon einiges aus. Man kann die tatsächlich auch noch kombinieren und da hat Nvidia ein sehr spannendes Gesamtkonzept vorgestellt, wo sie einfach 8 von diesen Monster-Grafikkarten zusammengeschraubt haben und insgesamt so 320 GB Grafikkartenspeicher vorgestellt haben in einem System. Das müsst ihr euch mal geben mit 8 Grafikkarten drin. Das ist einfach sofort fertig. So, aber der Punkt ist natürlich, nicht nur der Grafikkartenspeicher macht das aus, sondern auch der Systemspeicher. Und da kann man das Ganze dann noch kombinieren mit eben den AMD-Epic-CPUs und dann eben bis zu locker mal einem Terabyte RAM. Ist da überhaupt kein Problem mehr damit. Und ja, das ist einfach insane Computer-Power. Abschließend möchte ich wie immer mit einem Bericht der Woche. Und zwar geht es dieses Mal um eine Studie von CrowdStrike, die Unternehmen gefragt haben, wie sie eigentlich jetzt dieses Jahr mit Cyberangriffen so zu tun haben. Und die meisten haben berichtet, dass sie 71% mehr Ransomware haben. Also insgesamt quasi 71% mehr Ransomware-Angriffe. Und insgesamt ist die Zahl der Angriffe auch extrem gestiegen. Das ist einfach krank. Und ja, man könnte sagen, 2020 ist nicht nur das Jahr von einem gewissen Virus, sondern auch das Jahr von Cyberangriffen, gegen die man sich definitiv wehren muss. Mittlerweile sollte es bei allen, glaube ich, angekommen sein, dass man sich dagegen wehren muss, dass man was dagegen tun muss. Denn die beliebtesten Ziele momentan sind Labore, die von Corona quasi Tests machen, aber auch Krankenhäuser und andere Infrastrukturen, die eben mit dieser Pandemie kämpfen. Und das, meine Damen und Herren, finde ich das Bedrückendste überhaupt. Aber ich will nicht mit was Negativen schließen. Deswegen wollen wir mal ganz kurz einen Blick zu meiner Rechten. Sehen wir natürlich vor allem, dass da noch meine Beleuchtung steht. Aber wir sehen auch, dass da ein neuer Rechner steht, meine Damen und Herren. Und den bin ich gerade am Zusammenbauen. Ich warte noch auf zwei Teile, weil noch nicht ganz alles geliefert wurde. Aber freut euch auf ein Video. Und ja, dementsprechend war es das von meiner Seite. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.